Hey, guck mal, ich lade nicht. Was ist das denn? Komm Junge, hau rein. Mit meinem Internet, das hätte ja ruck-zuck sein müssen. Satte. Ach, Kältscher. Oh ja, ist das auch gut, oder? Oh, schade Pizze. Oh, schade Pizze. Hinter mir ist einer und ich krieg da nicht mit, ne? Ich krieg da nicht mit. Der will mich denn. Die haben schon gelegt, ey. Ich erschieße zwei Medics und neben mir fällt einer vom Himmel und erschießt nicht. Das sieht nicht mehr so groß aus hier. Boah, hab ich die auch geschossen. Ich hab die nicht reingekriegt da, ne? Den habe ich nicht reingekriegt. Ja, schlechte Pink deswegen, ne? Warum wundert mich da? Den mal geschossen auf die, ne? Nichts. Auf den juckt es gar nicht hiermit. Ja, ach, die will auch schon überlebt. Der Feind hat unser Team eliminiert. Verteidigt die strategischen Orte. Blecht. Wir müssen zusammenbleiben, sonst sterben wir verteilt. Wir haben alles zusammen, ne? Ja, ja. Die sind nicht da, wo sind sie denn? Ich denke mal bei zwei. Eins. Ich denke mal bei zwei. So, alles klar. Den kriegst du ja nicht rein im Penner. Ey! Der ist ja mit dem Beil und... Jetzt, äh, war jetzt ist der Torin. Oh, ich sterbe gut. Verteidigt die strategischen Orte. Die Säcke. Sehr gut. Ja, der war auf dem anderen. So, das ist so. Ach, Mann, oh. Scheiße, der ist vor mir und ich kann da nichts machen, ey. Wie blöd. Ja, ja, glaub ich. Die Säcke. 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 Ja, der war aber die einzige Möglichkeit. Als Ingenieur vielleicht. Verteidigt die strategischen Orte. Die Säcke. Ah, wir sind... Ey, guck mal, wie viele Medics die haben hier. Sie sind alle umge... Was ist das denn, ey? Wollen wir uns verarschen, oder was? Ja, geh und helf da. Mach das mal. Na, wie lange steht denn der da und schießt? Und drei Leute schießen auf den. Geht Entdeckung! Ach, komm, hör auf. Oh, Bombe liegt hier. In der Mitte, Treppe hoch. Da ist der Van Damme's Eck. Hinter dir liegt die Bombe. La Bombe. Ach, die sind jetzt weniger geworden. Komisch. Sechs Minuten. Ja, weil ihre 10.000 Medic-Strategie nicht aufgeht. Kann ich, ja. Aber die haben nicht gewonnen, aber wie sitzt. Schmeißen nach Rochgranat. Ich schießt voll in der Rochgranat. Passiert nix, ne? Du weißt, wo der liegt. Du schießt da rein. Eigentlich hätte der tot sein müssen. Verarschen. Aber der Sam, den kriegst du nicht rein. Der hat so'n scheiß Ping, ja. Der kriegt dich auch voll. Da, siehst du? Da kommt um die Ecke. Brauch nicht mehr ziehen, da. Wir haben die strategischen Orte verteidigt. Mission erfolgreich. Verteidigt die strategischen Orte. Ja, hier stehen wohl. Sollen wir da hochklettern, Perry? Komm her. Bombe platziert. Ah, ich kann doch nicht mal so schnell ziehen, denn Matthias ist um. Achso, auch noch. Ja, mach den. Ah. Ja. Der ist aber auch nicht schlecht hier drüber. Ha, gut wohl. Der ist klar. Der ist klar. Oh. Ah, bollchen. Ah, doch nicht. Ah, bin ich schlecht. Komm Stefan, ich geh mit dir. Grüße. Ach, fuck. Scheiß Push-to-Talk immer. Wie oft bin ich dazu gestorben? Das ist noch einer. Bei dir sterben. Bei dir sterben. Ah, der guckt da hinten immer durch. Boah, scheiße. Ich krieg ihn nicht rein mittlerweile, mein. Ich baller doch auf. Was soll ich denn machen? Ich hätte den Ziel totes sterben müssen normalerweise. Platziert die Bombe an einer strategischen Position auf freundlichem Gelände. Ja, komisch. Bei mir klappt er jetzt nicht mehr. Ich baller doch nicht. Ich baller doch nicht. Ich baller doch ausbreitet. Zweimal. Wieso stirbt der nicht? Gott ey. Wie? Der구�chasber Neuer könnte jemanden hergedrückt. Ooh! Der Sch jackets 4000 kinder hat mal wie sehr coverage. Wir stroben hier auch noch nicht weg. Ich gueset den von der Stelle etwas. Ja, ich seh den. Oben stecken, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie, oder? Ne. Ne. Andere Seite, doch. Ach da, ach toll, alteschön, 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 ich komme von links, Stefan, da kommt die, weg 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 weg, ist, ist sehr gefährlich. Kann ich sehen, guck mal, wo ich von vorne kann ich was sehen. Hinter dir, weg. Ja, ja, anderer Seite, schaffst du nicht, ne, ich darfst du nicht, doch, muss abschießen, da steht, ich schieße. Ach, schade. Ach, schade. Schade. Platziert die Bombe an einer strategischen Position auf feindlichem Gelände. Ja, der Reaper. Idiot. Jetzt hängt alles. Mein Spiel hängt. Ach so. Sein Spiel hängt, oder mein? Das geht nicht weiter. Stefan ist abgeschossen worden, Übersicht wird eingeblendet, hängt. Jetzt. Boah. Super. Jetzt bin ich tot. Wer wollte, der wollte, der wollte, Frage, ne? Platziert die Bombe. Bombe aufgehoben. Was soll man stoppen? Was soll man stoppen? Was soll man stoppen? Wichtig zu Arsch. Einer noch zu Sam Letzter Platz Hat ein goldenes Loch noch in den Kopf gekriegt Ich auch vielleicht Ja Dann Gute Nacht Hör ich jetzt auf, oder? Gute Nacht